Hallo, ich bin Roland Ritschi. Ich bin Kinesiologe und arbeite seit 4 Jahren mit den Spiegeln sehr intensiv, natürlich sehr begeistert. Darum mache ich auch hier dieses Video. Weil es mich begeistert, will ich es auch gerne teilen. Die Spiegeln und die Liss-Kinesolie, diese Methode, ist sehr intensiv, sehr schnell, effizient. Ich liebe die Effizienz. Und da möchte ich das gerne an einem Fallballspiel, den ich vor einem Jahr in meiner Praxis hatte, aufzeigen. Ich hatte eine 71-jährige Frau, die hatte Beinschmerzen seit über 30 Jahren, hatte schon alles operiert, Krampfarten entfernt usw. Und wir hatten mit ihr wirklich, oder respektive ich, eine Sitzung gemacht. Und das Schöne an der Liss-Kinesologie, an dieser Methode ist natürlich, dass diese Methode wirklich auf allen Ebenen anspricht, einwirkt. Das heisst, wir haben wirklich geguckt, da war ein mentales Witching da. Also sie hat sich gar nicht selber getraut, dass sie gesund sein darf, dass sie glücklich sein darf. Und das war, es ist so, in 5 Minuten war dieses Thema gelöst. Wir gingen dann weiter durch den Körper durch. Da kam auch noch etwas mit Struktur. Das heisst, ich hatte eigentlich eine Nackenverspannung, einen blockierten Nacken. Und in der Liss-Kinesologie gehen wir auf die Organe, wir können dann auch noch mittel durchgehen. Und das Ende war an dieser Behandlung, das ging etwa 5 Viertelstunde, dass wir Aluminium auf ihren Magen gelegt haben. Sie hat blockiert und ich habe nichts anderes gemacht, wie 10 Minuten dieses Aluminium ausgespiegelt. Bei ihr hat es angefangen zu kribbeln in den Beinen und noch mehr zu kribbeln. Und da hat man richtig gespürt, was da an Energie anfängt zu fliessen. Und das war die Behandlung. Nach einer Woche ruft sie mich an und sagt, ja, es ist da gelaufen. Und ich denke, was habe ich jetzt da gemacht? Und sie sagt, sie hat keine Beinschmerzen mehr seit einer Woche. Und ich bringe jetzt extra diesen Fall, weil ich hatte dreiviertel Jahre später von ihr wieder eine Rückmeldung. Und das Beinschmerzen war immer noch weg. Also wir hatten eine Behandlung gemacht. Das muss nicht immer so sein mit der Lichtskinesologie, aber es ist da gut. Es ist alles möglich in einer Behandlung. Ja, danke.